Der Faraday-Käfig ist vom Prinzip her feldfrei. Da steht noch eine andere Leuchtstoffhose drin. Vielleicht sieht man einen Unterschied zwischen den beiden. Die eine wird jedenfalls gleich hoffentlich nicht leuchten. Es ist übrigens zweckmäßig, die Finger im Käfig zu behalten. Das Experiment ist jetzt etwas lauter. Sie können sich gerne die Ohren zuhalten. Ist keine schlechte Idee. Der Faraday-Käfig ist ein 1.500 Volt. Der Faraday-Käfig Der Faraday-Käfig ist ein 1.500 Volt.